Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve, Remo, Daniel, Stefan, Hans, Julian, Michael. Wir wollen heute einfach mal kurz Danke sagen. Für 1000 Abonnenten innerhalb der ersten viereinhalb Monate. Das ist für uns ein Meilenstein. Dafür wollen wir uns bei euch bedanken für eure Treue, Likes und Kommentare. Denn wir haben noch vieles vor. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserem Weg begleitet. Bleibt also am Ball und freut euch über noch mehr Videos. Über Balkonkraftwerke, Elektromobilität im Alltag, Akkutausch und Präparatur, stationäre Speicher und vieles, vieles mehr. Also bleibt einfach dran und freut euch auf die nächsten Videos. Bis bald. Tschüss. Danke und bis bald.